Moinsen, hier ist Mr. Frost von Beard and Shave und ich bin heute auf Einladung von Herrengut hier in St. Pauli. Folgt mir einfach, wir gucken uns den Laden mal gemeinsam an. Ja, gepflegt und gestylt bis in die Haarspitzen, das kriegst du hier bei Herrengut und wer den Shave sagt Danke.